Da kommt unser Mann, Michael Colin Gallagher. Untersuchen wir gegen ihn? Ich will von jedem Cent in seiner Tasche wissen, wie und woher er ihn hat. Sie reden hier mit jemandem, der für eine Zeitung arbeitet, verstehen Sie? Sie dürfen das nicht drucken. Es geht um Mord. Verdächtig, der Mordfall des Joe in die Hand, das müssen wir schon sagen. Das ist kein Mord, da ist keine Leiche. Das ist mutmaßlich ein Mord, das wäre sechs Monate vermisst, dann ist tot. Sie wissen nicht, ob diese Story unwahr ist, dazu kann man sie nicht des bösen Vorsatzes bezeichnen. Diese Story ist wahr. Wir dürfen über Mr. Gallagher behaupten, was wir wollen. Er ist machtlos und Schaden zuzufügen. Du solltest besser nichts mit Mike Gallagher zu tun haben. Wollt ihr ihn verhaften? Ich bin Michael Gallagher. Ich will wissen, woher diese Geschichte kommt. Stellen Sie sich vor, Sie schlagen die Morgenzeitung auf. Und Ihr Leben wäre die Schlagzeile der Titelseite. Und was da steht, ist exakt. Aber es ist nicht die Wahrheit. Was da geschrieben wird, stimmt nicht und Sie wissen das. Alles, was ich weiß, ist das, was jeder lesen kann in dieser verdammten Zeitung. Hier ist Megan Carter vom Standard. Sie dürfen nicht die Wahrheit erwarten, wenn Sie nicht bereit sind, sie zu sagen. Ich will nur, ich halte es für wichtig, dass Sie mich schnell kennenlernen. Wenn Sie sagen, jemand ist schuldig, glaubt Ihnen das jeder. Wenn Sie sagen, er ist unschuldig, niemand interessiert es. Ich weiß, wie man druckt, was wahr ist. Und ich weiß, wie man Menschen nicht verletzt. Ich weiß nur nicht, wie man beides zur selben Zeit machen kann. Und das weißt du auch nicht. Sie wollen die Wahrheit wissen? Dann fragen Sie mich ganz privat. Dann werde ich alles sagen. Aber fragen Sie als Reporterin, kein Kommentar. Paul Newman. Sally Field. Ich habe jeden Abend frei, außer Freitag. Wie wär's mit Freitag? Okay. Sie hob eine Zeitung auf. Um Gottes willen, da stand es für jedermann zu lesen. Sie bringt eine Lawine falscher Beschuldigungen ins Rollen. Aber er wird darunter nicht begraben. Die Sensationsreporterin. Ja. 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 Vielen Dank.